Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Sommer. Ja, er ist endlich da. Zumindest war es die letzten zwei, drei Tage. Einschließlich heute scheint es auch noch mal wunderschön zu werden. Heute ist bei mir Samstag und ich war schon draußen. Ich habe schon auf der Terrasse gefrühstückt und habe mir die erste Portion Sonne, wie man unschwer erkennen kann, abgeholt. Und es ist ein absolutes Traumwetter. Es ist wunderbar heiß, es ist sonnig, es ist schön, es riecht gut. Und ich habe auch schon die ersten Pfingstrosen geerntet sozusagen. Ich liebe meine Pfingstrosen. Eigentlich im Garten, aber ich schnappe mir dann immer so ein paar und stelle sie hier rein. Und es ist einfach super, super schön. Und es wurde auch einfach Zeit. Man hat einfach gemerkt, dass es jetzt viel zu lange eigentlich kalt war, unschön war und ich freue mich jetzt drauf. Und ich weiß, viele sagen schon, ab 25 Grad ist es zu viel. Ich bin eben ein absolutes Sommer-Sonnenkind und bei mir geht es ab 25 Grad erst los. Und ja, aber so hat einfach jeder seine liebste Jahreszeit und bei mir ist es eben der Sommer. Aber es soll hier ja gar nicht ums Wetter gehen, sondern natürlich um die Bücher der vergangenen Woche. Und ich habe vier Bücher gelesen und die Kurzgeschichten von Stephen King beendet, die ich euch schon in den letzten beiden Wochen gezeigt habe, die ich zusammen mit den Kingsköpfen gelesen habe. Es gibt ein bisschen was zur Serie erzählen. Es gab ein Hangout diese Woche. Es startet am Sonntag heute, ja, für euch heute am Sonntag, startet eine neue Leserunde und ja, so ein, zwei Dinge, die ich noch erzählen möchte. Aber ich denke, wir starten einfach mal mit, was ich gelesen habe. Meinen ersten Manga. Ich habe Sherlock gelesen. Ja, es ist die, ein Fall von Pink. Es ist an, ja, an die BBC-Serie angelehnt, wie man unschwer erkennen kann. Und ich bin schwer beeindruckt und ja, war mal was ganz anderes. Dann habe ich Nur, was ich mag gelesen von Sissy Kant-Ziora. Ich denke typisch Sissy. Sie ist eine YouTuberin, werden einen gekennen. Es heißt, hier leben kann so einfach sein. Auch dieses Büchlein habe ich gelesen. Dann, ja, habe ich die drei Kurzgeschichten aus Stephen Kings Kurzgeschichtensammlung Sunset gelesen. Das habe ich euch ja schon in den letzten beiden Wochen immer wieder erzählt. Das waren jetzt die letzten fünf Geschichten in dieser Woche. Dann habe ich noch beendet You Are Wanted von Arno Strobel. Ja, ein Buch, das sich, glaube ich, an der Serie orientiert, die es exklusiv bei Amazon gibt. Und es war mein erster Arno Strobel. Und dann habe ich, ja, heute Nacht, also Freitag auf Samstag Nacht, beenden müssen Die Brut von Ezekiel Bone. Sie sind da. Ein Buch, das ich in, ja, einer Lovely Books Leserunde lese. Und, ja, fast auf, ja, fast richtig dabei, sozusagen, bin ich auch in der Lesegruppe beim Circle von Dave Eggers. Gestern, also Freitag den Leseabschnitt, habe ich nicht gelesen. Ich musste einfach in der Brut weiterlesen. Und ich denke aber, dass ich heute am Samstag die beiden Leseabschnitte auf jeden Fall dann in der Sonne genießen werde. Fangen wir aber natürlich mit dem ersten Buch an, und zwar Sherlock, der Manga Nummer 1, Einfall von Pink von Jay und Mark Geddes. Ist erschienen im März diesen Jahres im Carlson Manga Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet als Buch 13 Euro, gibt es auch als E-Book für 9 Euro. Ich kann es mir aber tatsächlich als E-Book ganz schlecht vorstellen. Hat 212 Seiten und orientiert sich, wie man an dem Bild sehen kann, an der BBC-Serie, die ich ja absolut liebe. Und man sieht hier eben schon Sherlock alias Benedict Cumberbatch. Und man erkennt hier hinten auch Martin Freeman, der ja Dr. Watson spielt. Und, ja, im August erscheint der zweite Teil und der dritte Teil wird im Dezember folgen. Und ich glaube, das ist eine Manga-Reihe, ja, die ich immer jetzt mal mitlesen werde. Sie war nämlich wirklich großartig. Ich bin ja, seitdem ich Sherlock gesuchtet habe, im April ein absoluter Fan. Und es hat mich ja total erwischt. Also, ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Und freue mich jetzt auch, dass am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag um 21.45 Uhr die vierte Staffel auf der ARD läuft. Und die darauffolgende Woche auch am Sonntag, am 21.45 Uhr, kommt dann die dritte Folge der vierten Staffel. Und ich bin so, so... Ja, am liebsten würde ich die Staffel, die Serie nochmal direkt wegsuchten. Ja, aber ich denke, ja, jetzt... Ein Fall von Pink ist die erste Folge der ersten Staffel empfunden. Ich glaube, tatsächlich heißt die Geschichte in den Sherlock-Holmes-Büchern eine Studie in... Irgendwas mit Rot. Eine Studie in Rot, weiß ich nicht. In... Ja, irgendwas mit Rot. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Und, ja, das ist im Grunde auch das Kennenlernen von Watson und Sherlock. Und, ja, der Fall einer... Eine Reihe von Selbstmorden, die gefühlt ja nichts miteinander zu tun haben können, es aber scheinbar doch haben. Und, ja, das Zusammenziehen unserer beiden Protagonisten und wunderbaren Humor. Ich habe so viel gelacht. Es war unglaublich. Man hat wunderbare Bildzeichnungen. Man kann sich die Gesichter wunderbar vorstellen. Es ist eigentlich auch, wie wenn man die Serie guckt, es ist großartig. Ich habe noch nie so detailliert wunderbare Gesichter gesehen und gezeichnet gesehen. Und ich fand gerade Benedict Cumberbatch unglaublich gut gelungen. Und man sieht hier hinten auch so ein paar Extra-Zeichnungen von Watson und von MyCraft. Und, ja, hier haben wir... Ah, ja, das ist ja kein Spoiler. Ja, das finde ich wunderbar. Also, diese Zeichnungen waren wirklich großartig. Auch sehr schön ist, dass, wenn man das Buch sozusagen richtig in der Hand halten würde, also wie wir hier in der westlichen Welt lesen, dann steht hier ein großes Halt. Und es wird einem auch erklärt, wie man eben ein Manga liest. Nämlich, ja, von hinten. Es ist anfangs tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig, von rechts oben nach links unten zu lesen. Und man hat die ersten zehn Seiten schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Also man merkt, dass der Kopf etwas anderes tun möchte, als es das Buch verlangt. Und dann ist es aber egal. Also ich habe wirklich gemerkt, nach zehn, zwölf Seiten ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich konnte die Geschichte genießen. Und ich fand sie wirklich großartig. Ein Lesegenuss, ein Bildgenuss. Und ich bin überhaupt keiner, der Comics liest. Es war mein erster Manga. Erstes Manga, das Manga, der Manga. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Manga. Ja, ich fand es großartig. Es hat mir unglaublichen Spaß bereitet. Und ich hatte direkt Lust auf mehr. Ja, natürlich ist es beim Manga immer so ein bisschen das Problem, dass diese Reihen ja gefühlt unendlich sind. Und für so ein Heftchen auch teilweise sehr viel Geld ja im Grunde verlangt wird. Aber ja, Sherlock, es musste einfach sein. Leute, also ich bin so Sherlockt. Ich finde, das ging gar nicht anders, als dass ich mir diesen Manga angucke. Und es hat mich einfach total überrascht, dass es mich so gepackt und gefesselt hat. Und ich freue mich jetzt schon auf Staffel 4 nächste Woche und auf die nächsten Manga dann natürlich im August. Auch sehr gefreut habe ich mich, als die liebe Sissi vom Kanal Typisch Sissi erzählt hat, dass sie ein Buch herausbringt, was sich so ein bisschen um den Minimalismus dreht. Und sie hat dem Buch den Titel gegeben, Nur was ich mag. Das ist Anfang Mai bei BOD erschienen. Also sie ist beim Self-Publisher Verlag von Amazon. Das kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 5 Euro und hat 180 Seiten. Und ich denke, ja, Sissi kennen bestimmt ganz, ganz viele. Sie war ja früher, früher zu ihren Anfängen, ein absoluter Beauty-YouTuber. Hat ganz viele tolle neue Produkte gezeigt, aber auch Fails und wie man schminkt und Nageldesigns und was alles. Und eines Tages hat sie ja im Grunde einen Wandel durchlebt und gesagt, ja, irgendwie merke ich, ich bin wahrscheinlich kaufsüchtig und dieses ganze Probieren, dieses ganze immer alles Neue haben müssen, dieses stundenlang durch DM laufen und Modegeschäfte laufen, das kann irgendwie nicht richtig sein und fühlt sich nicht richtig an. Und dann hat sie begonnen ihren Weg als Minimalistin. Ich glaube, dass wir alle noch sehr weit weg sind vom Minimalismus. Ich glaube auch, dass wir das wahrscheinlich gar nicht so schnell hinbekommen, wie es sich mancher wünscht. Aber man hat bei ihr wirklich gemerkt, dass sie es mit einem wunderbaren Ansatz gemacht hat, nämlich nur, was ich mag. Ich beschäftige mich ja auch so grob seit zwei, zweieinhalb Jahren damit und umgehe auch gerne mal so einen DM oder einen Rossmann oder gehe wirklich nur noch einmal im Monat dahin, weil man halt wirklich unnütze Dinge einkauft, die man dann eigentlich nur noch wegwirft, weil man merkt, eigentlich brauche ich es nicht, eigentlich mag ich es nicht. Und ja, aber Sissi macht das eigentlich mit einem sehr positiven Gedanken, denn sie guckt sich alles an und das, was sie mag, darf bleiben. Und natürlich könnte man jetzt sagen, im Gegenzug mag sie die Dinge, die sie wegräumt, nicht, beziehungsweise eben nicht so wie andere Dinge. Und ich finde diesen positiven Aspekt wirklich sehr, sehr gelungen. Und diesen positiven Gedanken bringt sie uns auch durch ihr Buch mit. Das ist so eine kleine Anleitung, einmal ein bisschen ihre Geschichte dazu, einmal wie kam sie überhaupt darauf. Sie gibt auch ein bisschen Literaturtipps und ja, zeigt uns im Grunde ihren Weg auf, wie sie es eben geschafft hat, Kleiderschränke auszumisten, allerlei andere Dinge. Und bei ihr läuft ja aktuell auf dem Kanal auch eine Challenge, die man auch hinten drin findet mit den verschiedensten Aufgaben. Ich glaube, begonnen hat sie mit Putzzeug, dann kamen Medikamente. Letzte Woche, glaube ich, war Unterwäsche und jetzt kommt die Kleidung für draußen. Und ich finde das wirklich sehr, sehr hilfreich. Also ich selbst bin ja auch jemand, die sehr, sehr viel ausgemistet hat. Also ich habe, glaube ich, meine Nagellack-Sammlung locker gedrittelt. Ich habe meine Make-up-Sammlung, ich glaube auch, ja, ich glaube, ich habe jetzt nur noch einen Bruchteil von dem, was ich mal hatte. Ich habe DVDs ausgemistet, CDs ausgemistet. Hier kommt die kleine Katze, die muss ich hier nochmal durchs Bild schubsen. Und auch Bücher. Ich misste auch ganz, ganz viele Bücher aus. Natürlich sind nicht alle, dass man sagt, die verkauft man nochmal weiter. Oder, oder, naja, aber es gibt ja Flohmarkt. Ich habe eine Freundin, die immer mal auf den Flohmarkt geht. Dann bekommen die einen Karton Bücher mit. Oder sie sind halt einfach auf dem Dach. Wobei sie da nicht hingehören. Eigentlich müsste man Bücher auch wegwerfen. Das kann ich aber tatsächlich nicht. Also soweit bin ich noch nicht minimalistisch. Und dann geht es eben auch weiter bei ihr in den Büchern mit das Thema Aufbrauchen. Dass man so viele Duschgele hat, dass man die einfach mal aufbraucht, bevor man Neues kauft. Oder auch Dinge einfach an einen Ort aufhebt. Und da kam sie so ein bisschen in die Richtung von Marie Kondo. Das war ja diese Magic Cleaning Bücher. Ich glaube, die habe ich letztes Jahr gelesen oder vor eineinhalb Jahren. Und das fand ich auch mega, mega spannend. Allerdings war mir Marie Kondo einfach ein bisschen zu drastisch. Und ein bisschen zu... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich fand es irgendwie ein bisschen zu radikal. Also es hat sich irgendwie nicht ganz richtig für mich angefühlt. Und ich finde, dass es Sissi einfach rüberbringt. Sehr locker, sehr leicht, sehr modern. Dass sie Jugendliche damit anspricht, dass die vielleicht gegebenenfalls gar nicht erst in diese Kaufsuchtfalle irgendwie tappen. Und dass man das Leben einfach so ein bisschen bewusster hat. Und dass umso weniger Dinge man eben hat, die man auch im Kopf gespeichert hat. Und ja, sie einen sozusagen auch ein bisschen freier machen lassen. Ein Besitz ist ja tatsächlich etwas, was einen bindet. Und ja, das möchte ich jetzt ein bisschen rüberbringen. Und das fand ich wirklich großartig. Mir hat das Buch sehr, sehr viel Spaß gebracht. Es hat sehr viele motivierende Gedanken. Es hat sehr viele, ja, auch inspirierende Ideen, wie man an Sachen rangeht. Auch diese Challenge finde ich großartig. Und Susan zum Beispiel macht diese Challenge ja auch immer mal mit. Hat jetzt, glaube ich, zwei oder drei Sachen, drei Videos schon dazu hochgeladen. Ach, die hat ich gebissen. Und ja, es macht auf jeden Fall großen Spaß, das zu lesen. Und dann natürlich auch einfach mitzumachen. Also man hat danach gefühlt, wirklich einfach lustig, den Wandschrank vorzunehmen. Den Schuhschrank, den Kühlschrank. Das Putzzeug ist bei mir auch direkt ausgemistet worden. Und man merkt aber gar nicht, also bei mir ist gar nicht mehr so viel bei diesen unnützen Dingen. Also ich habe bestimmt noch genügend Nagellacke und Schminkzeug, keine Frage. Aber es sind wirklich gefühlt auch nur noch Dinge da, die ich toll finde. Und nachkaufen muss man natürlich denken. Also ich meine, wenn halt, was weiß ich, die Schmerztabletten leer sind, dann muss man auch mal was kaufen. Oder die Zahnpasta. Aber, dass man einfach bewusster ein bisschen einkaufen geht. Und das fand ich wirklich toll. Es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Ist auf jeden Fall ein Einsteigertipp. Ich würde sagen, für Leute, die sich damit schon beschäftigt haben, wie ich, ist das eine Ergänzung. Aber nicht direkt ein Must-Read. Wer aber sich vielleicht einfach um das Thema Minimalismus mal interessiert, der guckt auch mal in die Infobox. Ich packe ihren Kanal auch einfach mal mit in die Infobox, solltet ihr sie noch nicht kennen. Und ja, dieses Buch auf jeden Fall eine Empfehlung für die, die mit dem Minimalismus einsteigen wollen. Und dann ging es weiter, beziehungsweise so ein bisschen parallel, habe ich dann die letzten fünf Kurzgeschichten aus Sunset gelesen von Stephen King. Die haben wir ja in den letzten drei Wochen mit den, habe ich mit den Kingsköpfen gelesen. Wir haben dazu auch eine WhatsApp-Gruppe und der Austausch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das Buch ist erschienen 1994, kostet als Taschenbuch 10 Euro, gibt es gebraucht, aber auch günstiger. Also meine Ausgabe hat, glaube ich, nicht mal drei gekostet. Und das Buch ist 500 Seiten schwer und beinhaltet eben 13 Geschichten. Und zu den letzten beiden habe ich, also letzten jeweils vier Geschichten, also acht Geschichten, habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Und ich muss ehrlich sagen, ja, in diesen fünf Geschichten waren zwei, die ich sehr gelungen fand. Das war einmal die Höllenkatze und auch Stumm. Ich fand auch die New York Times zum Vorzugspreis gar nicht so schlecht, aber schon ein bisschen sehr kurz. Und ich muss ehrlich sagen, insgesamt, und das ist jetzt sozusagen das insgesamte Fazit dieses Buches, ist es ja ein bisschen schade, dass der Meister da nicht mehr rausgeholt hat. Ich fand die Kurzgeschichten so okay. Es waren auch ein, zwei dabei, wo ich nur dachte, oh mein Gott, was hat er da eingenommen? Und es gab eben auch zwei, drei, die ich wirklich sehr, sehr gelungen fand, die mich begeistert haben, die mich ja auch mal gruseln haben lassen, die mich gefesselt haben und wo man einfach Stephen King gespürt hat. Sehr schön fand ich, dass hinten drin zu finden ist, Anmerkungen von ihm zu den einzelnen Geschichten. Wie sind sie entstanden? Was hat er sich dabei gedacht? Das fand ich wirklich sehr interessant. Habe ich auch immer nach den Büchern gelesen. Also habe immer erst die Kurzgeschichte gelesen und dann eben hinten rein gelesen, was sagt er zu der einzelnen Geschichte. Und ja, es war okay. Ich finde, es war keine Zeitverschwendung. Man hatte eben doch so ein paar Geschichten, die einen unterhalten haben. Aber ich weiß nicht, ob Stephen King vielleicht nicht doch einfach Ausschweifung braucht, um sein Meisterwerk irgendwie rüberzubringen. Ich glaube, dass Kurzgeschichten nicht immer so seine Welt sind. Ich habe jetzt noch den Bazar der bösen Träume hier. Ich denke, dass ich den im Juli lesen werde und bin da auch sehr gespannt drauf. Eine oder andere Geschichte kenne ich daraus schon, weil ich glaube, das ist ja diese Sammlung, die Heine letztes Jahr, jede Woche einen King, dass da so manche Geschichte davon drin ist. Da bin ich dann mal neugierig. Aber ja, hier bin ich sehr gespannt gewesen. Und ja, es war jetzt nicht direkt eine Enttäuschung. Es war okay. Aber ja, man muss es nicht unbedingt gelesen haben, sagen wir einfach mal so. Da gibt es auf jeden Fall bessere Kind. Und dann ging es mit meinem ersten Buch von Arno Strobl weiter. You Are Wanted ist erschienen Mitte März diesen Jahres im Edition M Verlag bei Amazon. Kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 5 und hat 270 Seiten. Aufmerksam geworden bin ich auf dieses Buch durch die Amazon-Serie, die gefühlt irgendwie in aller Munde war, mit Matthias Schweighöfer. Auch wenn ich jetzt kein großer Fan von deutschen Produktionen bin und auch nicht der größte Fan von Matthias Schweighöfer und seinen Filmen, hat mich die Geschichte hier doch definitiv angesprochen. Es ist so eine Science-Fiction-Geschichte über Überwachung. Und das hat mich wirklich neugierig gemacht. Und ich wollte eben erst das Buch lesen, bevor ich dann die Serie anfange. Und auch wenn jetzt aktuell bei dem Wetter natürlich keine Serienzeit ist, so gefühlt für mich, um da was zu suchten, denke ich, bin ich jetzt zumindest vorbereitet. Ja, wir haben hier Lukas Franke, ein junger, erfolgreicher Eventmanager, der in Berlin wohnt und auch in einem Berliner Hotel arbeitet. und eine Familie hat, eine Frau und einen Sohn hat. Und eines Abends gibt es einen berlinweiten Stromausfall. Und ja, auch wenn er sehr kühn und entspannt reagiert, verändert sich doch in dieser Nacht dann auch sein Leben. Denn auf einmal passieren sehr merkwürdige Dinge. Es gibt Bestellungen, die bei ihm ankommen, mit denen er gar nichts zu tun hat. Es sind Abbuchungen auf seinem Konto, die weder ihm noch seiner Frau gefallen. Er entdeckt ein Foto von seinem Sohn, das definitiv nicht er gemacht hat. Als er dann eigentlich die Polizei einschalten möchte, ist es gefühlt schon zu spät, denn die Polizei steht schon da und möchte ihn verwarnen für die Dinge, die er da bestellt hat, was er da tut. Denn es macht den Eindruck, als würde er einen Anschlag planen. Ich muss ehrlich sagen, die Geschichte war eine sehr geniale Idee. Die Angst, gehackt zu werden und dass damit eben etwas tut, jemand handelt mit der eigenen Identität, war sehr realistisch dargestellt und ist, glaube ich, ein Angstszenario, das uns bei vielen Hackerangriffen, glaube ich, alle betreffen könnte, uns alle bewegt, uns alle berührt und wir doch das ein oder andere im Internet einfach offenlegen, was uns dann vielleicht irgendwie, ja, negativ ausgelegt werden könnte. Sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, ganz so sicher, wie wir immer denken, sind wir wohl im Internet doch nicht unterwegs und spätestens dann könnte uns das irgendwie zum Nachteil reichen. Und diese Angst spielt in uns allen mit und Arno Strohbe schafft es, mit dieser Angst zu spielen. Er schafft einen sehr tiefgründigen, nachvollziehbaren Protagonisten. Ich fand Lukas Franke wirklich von seinen Gedanken her, von seinen Ängsten her, von seinem Chaos im Kopf nachvollziehbar, weil ich glaube, so würde man einfach agieren. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der Stil der Geschichte doch sehr, sehr schnell ist und man sich manchmal vorkommt, als würde man den Faden verlieren. Man ist gefühlt bei Handlungsstrangen 4 und schwupps hat man den kaum so verarbeitet innerlich und ist damit fertig, ist aber Arno Strohbe schon drei Szenen weiter, drei Geschichten weiter und ja, ist ja gut. Und er hat uns hier im Grunde schon wieder zwei andere Dinge präsentiert. Der Spannungsbogen ist gefühlt nur oben und das nutzt sich irgendwie gefühlt dann ab. Also irgendwann ist dann der erste Spannungsbogen, der einen ins Leserherz sozusagen gebracht hat, es ist dann irgendwie verbraucht und das fand ich sehr schade, denn theoretisch hätten dem Buch 100, 150 Seiten mehr nicht schlecht getan. Einfach um ein bisschen mehr Atmosphäre zu schaffen, um sich Orte vorzustellen, um die Nebencharaktere auszuarbeiten, um einfach ein bisschen, um ein bisschen mehr Stimmung auch aufwecken zu können und man merkt, und das habe ich auch auf so ein, zwei Rezensionen gelesen, die ich im Nachgang gelesen habe, dass es wirklich so einen Film-Eindruck macht und ich fand das wirklich eine gute Beschreibung, weil man hat das Gefühl, dass das Buch nach dem Film geschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob es so war oder doch umgekehrt. Das spürt man gefühlt so ein bisschen. Es liest sich auch sehr, sehr schnell, gar keine Frage und es ist einfach wie so ein bisschen ein Thriller mit ganz viel Warem, was mich wirklich sehr gepackt und gefesselt hat. Es ist ein gutes Buch, aber eben mir persönlich einfach ein bisschen zu schnell und ich möchte in einem Thriller einfach... Huch! Ja, ich habe hier... Entschuldigung, jemand schnurrend. Also wenn ihr da was hört, das ist ja unsere Kamerageile hier. Ja, wo war jetzt halt den Faden verloren? Ja, ich fand es einen gelungenen Thriller, der aber mir persönlich einfach viel zu schnell ging, der ja viel zu schnell abgehandelt war, der aber trotzdem schon ein spannendes Thema einfach aufgegriffen hat und der einen so auch mitreißen konnte. Also keine Frage. Er war gut. Ich fand auch wirklich den Protagonisten gut gezeichnet und tiefgründig gezeichnet. Das kam zum Glück nicht zu kurz bei der Schnelligkeit, aber ja, es ist halt so ein kleines Aber. Es war einfach zu schnell und es war zu unbildhaft und das fand ich wirklich ein bisschen schade. Aber jo, ganz anders war dann Die Brut. Sie sind da von Etzequiel Bone, ein amerikanischer Autor, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, er lebt im Bundesstaat New York und das ist der Auftakt einer Trilogie, wo der zweite Band im August folgen wird und der dritte im amerikanischen, wo er schon so kurz vor der Veröffentlichung steht und nur noch die Übersetzung fehlt und ich denke mal, dass wir den dann vielleicht Ende des Jahres in den Händen halten. Ja, ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden über Lovely Books. Ich schreibe mich ja da auch gerne mal bei den Leserunden und so rum und bin ja immer gespannt und neugierig auf neue Geschichten. Und ja, das Buch ist aktuell jetzt am 24. Mai diesen Jahres im Fischer Verlag erschienen. Das Buch und auch das E-Book kosten je 10 Euro. Es hat um die 400 Seiten und hat einen genialen Buchschnitt. Also ich finde, es ist vom Cover her wirklich grandios. Auch diese, ja, dass der Name des Autors in diesem Blutrot zu finden ist, wie dann eben auch der Buchschnitt wirklich großartig und auch hier hinten, ja, sieht man dieses, ja, dieses Muster von Schwarz-Grau-Rot. Man hat hier auch eine Weltkarte mit Orten, an denen etwas passiert und ich war wirklich, ja, sobald ich den Klappentext, die Leseprobe gelesen hatte, auf Lovely Books direkt angetan von der Geschichte ein bisschen Platz schaffen. Ja, ich war direkt angetan nach der Leseprobe und habe mich dann eben beworben, hatte Glück und das Buch ist dann auch noch vor dem Feiertag diese Woche bei mir angekommen, sodass ich es am Sonntag dann auch unterwegs als Beifahrer sozusagen lesen konnte und es war ein unglaublich spannender Thriller. Wir haben hier Dinge, die auf der ganzen Welt passieren. Es fängt, glaube ich, in der Geschichte an in Peru, dass da ein paar Wissenschaftler, ein paar, ja, Touristen, die da eben einfach unterwegs sind, dass die von irgendetwas, was sie überrollt, ja, im Grunde aufgefressen werden und man noch nicht so recht weiß, was das ist. Und ja, auf der ganzen Welt passieren ähnliche merkwürdige Dinge. In China wird eine Atombombe gezündet, die Amerikaner im Weißen Haus sind ein bisschen unentspannt und auch in Europa scheint sich das Böse irgendwie, ja, zu rühren. Ich möchte gar nicht spoilern, was das Böse ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwie, ähm, nein, es wird hier nur von, von, äh, etwas Schwarzen, das griecht, sozusagen, beschrieben. Ich weiß nicht, ob man am Cover schon ein bisschen vielleicht erahnen könnte, um was es darin geht, aber ich glaube, sonst ist es, glaube ich, noch nirgendwo zu finden. Nein, es gibt böse Kreaturen, äh, ja, die sich irgendwie bei uns eingenistet haben und, ähm, ja, ich muss ehrlich gestehen, ich fand es unglaublich packend und spannend. Ich fand es zum Teil extrem widerlich, wie Dinge beschrieben wurden, wie Leichen beschrieben wurden, wie Räume beschrieben wurden, in denen etwas, boah, Ekliges passiert ist. Ich fand, das hat Ezequiel Bone, das übrigens ein Pseudonym ist, unglaublich gut gemacht. Also, die Spannung war anhaltend, ging wirklich auf den ersten, im ersten Leseabschnitt waren es, glaube ich, 80 Seiten, die waren im Nu weg und die nächsten auch und dann wieder und die letzten zwei Leseabschnitte musste ich dann, äh, gestern Nacht noch hintereinander lesen, weil ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Es, äh, war unglaublich spannend zu erleben, was unterschiedliches auf der Welt passiert. Man hat zwischendrin immer wieder kurze Seiten, die einem eben sagen, was in Indien passiert, was in China passiert, was in Peru los ist. Wir haben aber auch, äh, ja, feste Charaktere, die eben ein bisschen mehr Erzählzeit bekommen und aber sich auch ein bisschen an unterschiedlichen Stellen sozusagen bewegen und man bekommt so einen sehr, sehr guten Eindruck, was auf der Welt passiert und wie und wann und wo es passiert. Und das, finde ich, macht diesen Thriller wirklich unglaublich spannend, weil er, ja, gar keine Längen aufkommen lässt, weil er gar keine, ja, zu, zu, zu langen Erzählstränge hat, sondern eben zwischendrin uns immer wieder was erzählt wird und es wird uns eben live erzählt. Also wir sind dabei, wenn etwas in Peru passiert, wenn in China was passiert, wenn in New Delhi, in Indien etwas passiert, wir sind da dabei und erfahren es nicht nur, weil uns im Weißen Haus der Assistent, der Präsidentin der USA, der Präsidentin erzählt, was in Peru erzählt, nein, wir sind dabei. und das fand ich wirklich eine unglaublich tolle Erzählidee, einen tollen Erzählgedanken und das hat der Autor für mich wirklich ganz, ganz wunderbar gelöst. Ich fand es wirklich großartig, es hat mir viel Spaß gebracht, es hat mir viel Ekel gebracht, viel Gänsehaut gebracht, es ist mir so manches Mal in Shower, ja, durch den, unter den, am Rücken entlang gelaufen und das bei 30 Grad gestern Abend oder Nachmittag im Garten und ich fand es einfach nur heavy. Also es war wirklich an mancher Stelle schon fast zu viel des Guten und ja, es gibt so einen kleinen Kritikpunkt und das sind eben auch diese kurzen Ausflüge in andere Länder, weil man da doch ein bisschen den Lesefluss unterbricht. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass man das tut. Ich bin da auch nur so ein bisschen zwiegespalten, aber mich hat das teilweise ein bisschen gestört, dass man gefühlt mitten in irgendeiner Szene eine Unterbrechung hatte und irgendwo anders hingegangen ist und da dann drei Seiten war, um dann irgendwo anders weiterzumachen. Ja, der Gedanke dahin, das habe ich vorhin schon gesagt, hat mir gut gefallen, dass man es uns erzählt, dass wir dabei sind und eben es nicht nur durch Dritte erfahren, aber es ist so ein bisschen, man wird so rausgerissen und es tun sich unglaublich viele Handlungsstränge auf und man weiß halt nicht, muss ich mir das alles merken, ist da jeder Erzählstrang wichtig, kehre ich zu einem dieser kleinen Orte im Grunde wieder zurück oder ist es einfach nur eine Nebeninfo, die gut ist, es zu wissen, aber ich so ein bisschen nach hinten stellen kann gedanklich und das hat manchmal schon zur Folge, dass man auch ein bisschen verwirrt ist. Das ist so, ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich ja im Grunde geben kann. Der Austausch in der Leserunde hat mir auch großen, großen Spaß gemacht. Ich muss jetzt noch den letzten Leserabschnitt ergänzen, da bin ich heute Nacht nicht mehr aufgestanden und an den PC gegangen oder es war ja dann glaube ich schon halb zwei heute Morgen, aber okay. Ja, aber es hat großen Spaß gemacht und mir gefällt halt auch immer bei so Leserunden, egal ob auf Lovely Books oder die es auf Facebook gibt oder wenn man privat mit Leuten auf WhatsApp liest, dass eben mehrere Augen sozusagen einfach andere Dinge wahrnehmen und für jeden Mensch ist ja gefühlt doch irgendwas anderes wichtig und wenn man dann eben die Gedanken von jemand anderem liest, mitbekommt, macht das einen auch irgendwie ein bisschen gedankenreicher gefühlt und man denkt eben auch selbst anders darüber nach und das hat mir wirklich gut gefallen auch im Austausch und ich fand halt auch schön, dass der zweite Band theoretisch schon vor der Tür steht, also man muss halt so noch zwei Monate warten, dann ist der zweite Teil da und ich denke mal vielleicht ist der dritte dann tatsächlich auch schon im Oktober, November da, sodass man dann die Trilogie vielleicht wirklich im ganzen Jahr hier abgeschlossen hat. Ich weiß auch, wer jetzt Lust hätte da direkt weiterzulesen, könnte eben den englischen zweiten Teil lesen, der ist schon draußen oder kommt jetzt und könnte im Grunde schon loslegen und ja, ein toller, toller Thriller, der mich wirklich gepackt und gefesselt hat mit einem kleinen Kritikpunkt, aber den ich wirklich toll fand und auch jetzt wirklich so ein kleines Monatshighlight auf jeden Fall ist und mir wirklich sehr viel Spaß gibt. Und ja, es ist noch gar nicht vorbei mit den Büchern, aber zu dem Buch werde ich, denke ich, erst nächste Woche ein bisschen mehr sagen, lesen wir seit Sonntag, ja, seit Sonntag im Circle von Dave Eggers, ein Buch, das jetzt auch verfilmt wurde mit Emma Watson, kommt, glaube ich, im August, September in die Kinos und das ist erschienen 2015 im Kiwi-Verlag, ist auch gebraucht, schon erhältlich, hat um die 560 Seiten und das lesen wir im Leseclub, den ihr unten natürlich in der Infobox findet. Ich bin, glaube ich, bei Leseabschnitt, ich habe jetzt so knapp die Hälfte, bin bei 257, habe also den Leseabschnitt 5 und mir fehlt jetzt theoretisch noch der sechste von gestern und der heutige sozusagen noch, aber ich denke, dass ich das heute lesen werde. Hier muss ich sagen, die ersten 250 Seiten waren wirklich der Wahnsinn. Ich fand das mega spannend, das ist eine unglaubliche Science-Fiction-Idee, die sich irgendwie schon dystopisch anfühlt, auch wenn wir hier nicht von der Politik oder von einer Landesregierung oder Weltregierung sprechen, die dystopisch ist, sondern ja nur von einer Firma, vom Circle, der von seinen Mitarbeitern nicht nur erwartet, dass sie arbeiten und sondern eben auch im Grunde alles teilen, dass sie ihr Social Media Life sowohl beruflich wie privat 24 Stunden gefühlt nutzen. Wir sind hier bei totaler Überwachung von der Gesundheit über Strände, über Wohnungen der Eltern, total creepy und es gab hier drin wirklich ein, zwei Momente, die meinen Puls extrem hochgejagt haben. Das ist mir beim Lesen bisher sehr, sehr selten passiert und ich mich wirklich mal irgendwann ganz erschöpft zur Seite drehen muss und dann, oh, Steffi, jetzt brauchst du erstmal eine Schnaufpause. Also es hat mir die ersten 250 Seiten sehr, sehr gut gefallen und ich denke, das Abschließende erfahrt ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Woche. Seid da einfach dann mit dabei in der Bücherwoche und dann erfahrt ihr auch, wie mir der Rest des Buches gefallen hat. Ja, das waren die Bücher dieser Woche. Dann habe ich auch ein bisschen Downton Abbey geguckt, gerade einfach morgens zum Frühstück zum Fertigmachen. Ich habe die dritte Staffel von Downton Abbey beendet in dieser Woche und war am Ende fix und fertig mit den Nerven. Also ich, ja, und habe mit Staffel 4 begonnen und habe von Staffel 4 aber, glaube ich, erst die erste Folge angeguckt. Könnte auch, ja, ich glaube, die erste Folge war es gewesen. Und, ja, ich hatte einen ganz tollen Moment in der dritten Staffel. Der Bedienstete, auch im Grunde der Chef der Dienerschaft, Carson, hat ja die Synchronstimme, ja, ich weiß gar nicht, wie mit Edward kluckert, der auch Benjamin Blümchen früher gesprochen hat. Und es gab so einen Moment, da spielen auch Kleinkinder eine Rolle und da geht er zu diesem weinenden Kleinkind her, ach, meine Kleine oder meine Kleine, komm doch her, was ist denn los? Und er klang einfach wie Benjamin Blümchen, ich musste so loslachen. Es war kein lustiger Moment, ich weiß. Aber ich musste so lachen und fand es, ja, ich dachte, oh, Benjamin Blümchen. Das war ja auch schon bei President Snow der Fall, der ja auch die Synchronstimme sozusagen von Benjamin Blümchen und Blümchen hat, also der Sutherland hat die ja und fand ich immer lustig. Ich habe dann eigentlich immer darauf gewartet, dass er mal nach Otto ruft anstelle nach Katniss, aber es ist schon etwas merkwürdig, wenn man so viele Synchronstimmen dann irgendwann im Grunde kennt und auch zuordnen kann und man dann immer mal nur Stimmen hört und denkt, oh, die kenne ich doch. Also es war die Synchronstimme von George Clooney war schon da, die Synchronstimme von Sean Bean alias Boromir und Ned Stark und das ist immer so, da zuckt man erstmal zusammen und denkt sich, hä, das kann doch gar nicht sein und dann ist es halt nur die Synchronstimme. Ich meine, hat natürlich einen Vorteil, wenn man die Serien dann einfach in der Originalsprache anschaut, dann passiert einem das nicht. Ja, ich hatte aber keine Lust, die in der Originalsprache anzuschauen und genieße die jetzt einfach mit einer guten Synchronisation und das finde ich, ist sie definitiv gut synchronisiert und macht mir auch wirklich Spaß und das so das Serien-Update dieser Woche. Dann habe ich eine neue Handyhülle und ich muss sie einfach zeigen und zwar mit Flamingos. Ja, ich steige ein bisschen auf den Flamingo-Trend auf, habe ja schon Bettwäsche und ein 40x40er Kissen und jetzt habe ich auch eine süße Handyhülle. Da ist sie nicht goldig. Ja, ich musste einfach, ich konnte nicht anders. Ich wollte auch einen Flamingo auf meinem Handy haben und ja, ansonsten diese Woche gab es ja unseren Kingsianer-Hangout. Der war wirklich großartig am Mittwochabend zusammen mit der lieben Chrissy von Chrissis kleine Welt. Ich packe euch das Video auf jeden Fall auch nochmal in die Infobox. Es war ein wunderbarer Abend, ein toller Austausch mit den Kingsianern und natürlich auch mit den vielen Zuschauern im Chat. Es war wirklich der Wahnsinn, was los war im Chat und es hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht und es wird auf jeden Fall wieder ein Hangout geben. Ich denke mal, spätestens nach den extremst heißen Temperaturen im Juni, Juli werden wir uns da wieder zusammenfinden und ja, seid gewiss, es wird auf jeden Fall demnächst mal wieder einen Kingsianer-Hangout geben. Und dann noch eine kleine Erinnerung, eine kleine Art Vorankündigung, dass wir jetzt heute am 28. Mai, wir sind noch im Mai, mit Die Entdeckung der Langsamkeit von Stenna Dorni beginnen. Das ist ja ein Buch, auf das ich gekommen bin, als ich Terrorrecherchen begangen habe, denn es geht hier eben auch um John Franklin, der ja der Kapitän der Terror war und ja, das Buch hat nichts mit der Terror zu tun, es wird nicht düster sein, habe ich mir sagen lassen und dass es was ganz anderes ist, denn es geht hier eben über die Kunst der Langsamkeit, die den Rhythmus des Lebens Sinn gibt. Und ich bin mega, mega gespannt auf dieses Buch und jeder, der noch mitlesen mag, findet den Link zur Facebook-Gruppe jetzt nochmal in der Infobox. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin sehr gespannt, was diese Geschichte für uns bereithält. Und ja, ich denke, es war es soweit jetzt auch mit der Bücherwoche. Es war sonnig, es war heiß, es war schön, es war eine sehr schöne Woche auch mit dem Feiertag am Donnerstag und ich, ja, freue mich jetzt aufs Wochenende, auf Hitze, auf Schwitzen, aufs Braun beziehungsweise Rot werden, aufs Grillen und ja, vielleicht auch auf eine kleine Radtour und ja, freue mich da wirklich drauf ein bisschen zu entspannen. Nächste Woche ist ja dann, glaube ich, eine normale Woche und dann kommt die Pfingstwoche, ja, wo dann Pfingstmontag frei ist und ja, in der nächsten Woche ist ein bisschen gebleich, ich denke mal, dass die Neuzugänge kommen werden, das ist ja dann auch der 1. Juni, mal gucken, wie ich da zum Drehen komme und für den Dienstag habe ich schon vorbereitet das zweite Video von meinem neuen Format Subt es noch oder schon gelesen oder Subt es noch, ich glaube so rum, wo ich mir die Neuzugänge von Juni 2016 ansehe, zusammen mit euch, sozusagen live und dann eben etwas dazu sage, ob ich das Buch gelesen habe oder nicht und ich war doch recht überrascht und bin gespannt, wie euch das Video gefallen wird und ja, es kam mir das erste Video ja sehr gut bei euch an, hat mich sehr gefreut und vielleicht können wir da einfach etwas regelmäßiges draus machen, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es euch auch weiterhin gefällt und mehr habe ich nicht auf meinem Zettel und es wird auch Zeit, dass ich rauskomme, denn die Sonne ruft förmlich nach mir und ich freue mich jetzt auf den Circle und auf die Entdeckung der Langsamkeit und mal gucken, was noch diese Woche gelesen wird. mir wäre ja mal was nach luftig, leichten, lockeren, lustigen, jetzt nach diesen etwas harten Thrillern und ja, gucken wir mal. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, habt einen guten Start in die Woche, lasst es euch gut gehen und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss, eure Steffi. Bis zum nächsten Mal.